Musik Ja Leute, und dazu Let's Play Slender Senatorium. Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig ausgesprochen. Und dann geht's eigentlich auch schon los. Besser gesagt jetzt. Sanatorium. Ja, da sind wir. Wir müssen alle acht Seiten finden. Und ich geh jetzt als allererstes hier lang. Ja, ich hab mir eigentlich überlegt, ähm, jetzt mal öfter solche Horrorspiele, sag ich jetzt mal so, zu machen. Ja, und wir müssen acht Seiten finden. Ich geh jetzt als allererstes mal da hinten hin. Ich weiß eigentlich, soll man sich ja nicht umdrehen. Aber, es ist mir dann, es ist mir grad hier auf den Kopfhörern ein bisschen zu laut. Ja, ich hab dieses Spiel, ich hab das normale Slender, hab ich natürlich gespielt. Und ich wollte einfach mal was anderes bringen, was nicht so viele bringen. Ja. Und dieses Slender hab ich selbst noch nie gespielt. Ja. Ich hab ehrlich gesagt jetzt grad ein bisschen Schiss. Ein bisschen. Aber es hält sich noch in Grenzen. Noch. Weil ich find gerade das hier, find ich sehr, sehr unbehaglich, sag ich jetzt mal so. Draußen im Wald, find ich, geht's noch. Aber hier in diesem beklemmenden Schuppen, sag ich jetzt mal so. Tiefgarage. Und wir haben noch keine Seite gefunden. Das ist natürlich nicht sehr schön. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt langsam mal was finden. Und irgendwie baut sich hier das Licht immer so komisch auf. Cola. Umgestürzt. Okay. Okay, ich werd an die Seiten gucken, aber ich werde nicht nach hinten gucken. Ich weiß nicht genau, ob das so überhaupt ist. Oder ob es wirklich erst ab der Seite, ab der ersten Seite dann sozusagen der Slenderman überhaupt erst aufmerksam auf einen wird. Aber trotzdem. Geh ich mal hier. Das sieht man hier schon so. Merkwürdig aus. Hier muss jetzt der bestimmt was drin sein. Stairs Interest. Ja, ich denk mal, jetzt geht's los. Das kommt schon wieder, diese Scheiße, was ich und jetzt hab ich Angst. Ich will nicht. Oh, das ist mir echt zu laut hier. Das ist zu leise. Das ist zu leise. Ja, das ist auch zu halten. Ja, ich... Oh, ich dachte, was ist denn da ist was? Ja, ich mach's erstmal nicht mit der Facecam, weil... Ich hab keine Lust, dass ihr hier noch in Ohrenmacht fallt, wenn ihr meinen Antlitz seht. Nein, aber... Ich weiß nicht, ich will mich erstmal noch nicht zeigen, sag ich jetzt mal so. Damit will ich jetzt nicht irgendwie... Einen auf... Was ich machen, aber... Ich will mich jetzt einfach noch nicht... Das... Weiß ich nicht, das mach ich später vielleicht irgendwann mal, wenn ich, ähm... Äh, was weiß ich, ein paar mehr Abonnenten hab, aber jetzt erstmal... Oh, ja. Took my girl, now coming for me. Okay. Ich hab die doch eingesammelt. Okay. Weiter und... Oh, Alter, das ist echt... Das ist echt scheiße hier unten drin. Oh, jetzt hab ich mir das ausgesucht. Hätte ich nicht irgendwie was... Wollen wir das nehmen sollen können? Ich hätte doch auch... Mal Musik damit einfügen können. So richtig schöne Musik. Das fand ich zum Beispiel übrigens... Richtig, richtig geil von... Gronkh. Wie er... It came from the forest. Ja, ich weiß. Diese Musik hasse ich. Und oh, Leute, ey, ich mach mir gleich in die Hose. Oh, ich hasse solche Spiele. Aber wir müssen da durch. Kann ich überhaupt rennen? Ja, ich kann rennen. Oh, da ist wieder eins. Ja, ich kann nicht durchlaufen. Leute, wir haben schon richtig viel. No one überlebt. Doch, ich will überleben. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, Alter. Haben wir doch nicht überlebt. Oh, Alter, Leute, mein Herz. Oh, ich hab mich erschrocken. Oh, ich hasse dieses Spiel. Und wisst ihr, was das heißt? Dann kommt doch gleich noch eine Runde. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder zum neuen Versuch. Ich hoffe, dass wir jetzt mal nicht gleich sofort wieder sterben werden. Jetzt hab ich grad so... Ich nenn mal das Froschmalz. Ja, ich werd jetzt nicht nochmal den Weg gehen. Jetzt ist wieder gar kein Ton drauf. Oh, zu laut, zu laut, zu laut, zu laut, zu laut, zu. Schon besser. So, das war grad ein bisschen dumpf von mir, das so ganz laut zu stellen. Aber das... Hier sind wir vorhin, glaub ich, gestorben. Oh, und so. Ja, da hab ich noch gesagt, doch, wir überleben. Und war ja hinter mir. Oh, Leute, wieso mach ich das dann nochmal? Leute, ich bin doch bescheuert. Dieser doofe Löwe. Oh, Leute. Oh, ich bin so froh, wenn ich das hier fertig hab, ey. Irgendwann muss ich das einfach mal mit einer Facecam machen, weil ihr solltet jetzt wirklich... Ich glaub, wenn ihr mein Gesicht sehen würdet... Da ist kein Lachen oder so im Gesicht, kein Grinsen. Na, komm, jetzt. Aber sonst... Oh. Ja, ich hab gestern schon mal ein Spiel aufgenommen. Das nennt sich... Irgendwas mit 78. Das hat Gronkh ebenfalls schon mal Let's Played. Oh, lauf doch. Ähm. Ja, das hat dann nachher mir aber zu lang gedauert. Und so, und darum hab ich gestern mal wieder nichts hochgeladen. Ja, und in letzter Zeit war das jetzt so, dass ich einfach auch sehr viel mit der Schule, sag ich jetzt mal so, zu tun hatte. Und darum konnte ich nicht, ähm, so viel hochladen. Jetzt ist aber alles vorbei. Also, das ist jetzt vorbei. Also, jetzt ist wieder... Die Möglichkeit da, mehr hochzuladen. Sagen wir das mal so. Ähm. Was ist das? Leertaste? Ne, das war in einem anderen. Ja, jetzt ist also, wie gesagt, die Möglichkeit wieder da. Es wird jetzt wirklich täglich, hoffe ich ja mal, wieder mindestens ein Video kommen. Ja, ich glaub, da ist gerade Telefon. Unten. Und da muss ich bestimmt gerade gleich hin. Sonst stopp ich jetzt kurz die Aufnahme. So, und Leute, ey, ich hab so'n Schiss, ey. Oh, ne, hier waren wir doch schon mal. Oh, ich bin so dumm, ey. Ich will jetzt auch nicht zurück, oh. Oh, Leute, 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 Leute. Wieso mach ich das denn? Oh, Leute, ich sag jetzt nur noch Leute, aber ich mach mir so in die Hosen, ey. Ich hab das Gefühl, ich lauf hier nur im Kreis. Und das ist das schlimmste Slender, das es gibt, Leute, wirklich. Ich hab's schon gehasst. Vorher immer in dem... Immer in dem... Gebäude, wisst ihr? Wenn ihr das richtige Slender kennt, dann... Wisst ihr, was ich mein? Dieses... Im Gebäude, wo man wirklich nie weiß, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Oh, Mann, ey. Bitte lass es. Oh, da ist er. Da ist er. Das gesehen, Leute? Leute, ich sag nur Leute. Leute, 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 Leute. Leute. Ich guck nicht zurück. Ich find mich so toll. Du kriegst mich nicht. Scheiß, Hurensohn. Scheiß, Slender. Ich hasse dich. Na, 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 na. Äh. Bin doch noch so jung. Du darfst mich jetzt noch nicht kriegen. Elender Schlender. Jeder geh ich nicht rein. Ich weiß, er kommt gleich wieder auf einmal, ey. Ich muss das leiser machen. Ich muss krieg dich ein Herz erfahren. Leute, ich traume jetzt auch nicht mehr hier nach... Die Zeit zu gucken. Oh, das ist kein Spiel für mich. Ganz ehrlich, und da ist er, 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 da ist er. Ich hasse auch diese langen Gänge. Mein Mann. Zurück. Du Mami. Geht's denn lang? Oh, ja, danke. Da geh ich jetzt nicht rein. Oh, Leute, ich will nicht mehr, wirklich nicht. Echt nicht. Oh, das ja, sowas hasse ich am meisten. Ich traue mich nicht, an die Seiten zu gucken. Da ist was. Jetzt ist er hinter mir, das weiß ich. Nirgendwo hinzulaufen, ich weiß. Da wird's dunkel und oh. Oh, Leute, ich... Ich mach das nicht noch mal. Das könnt ihr mir glauben. Oh, Alter. Halt die Fresse. Wirklich. Und noch was, oh, nee, dann, jetzt kommt wieder die Musik, ey. Oh, was. Oder? Doch, noch nicht. Doch. Doch! Das steht gleich wieder hinter mir, wenn ich die nächste Seite hab, das weiß ich. Oh, ich will nicht hier lang, ich geh jetzt in die Richtung. Oh, ey, mir wird übel, mir wird... Alter, 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 ich hasse dieses Spiel, ey. Das werde ich... Alter, ich werde's nicht noch mal machen. Das sag ich euch. Ich mach's noch mal, wenn ich, was weiß ich, wie alt bin, aber... Nicht mehr so alt, wie ich jetzt bin. Auch wenn jetzt einige Leute vielleicht denken... Alter, das ist doch gar nichts. Dann mögen sie das denken oder selbst spielen, oder... Ich weiß nicht. Ich find, das ist so scheiße, dieses Spiel, ey. Ich stell mich gleich hin und dann... Oder weil, glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Alter. Das ist so nicht normal. Alter, Alter. Jetzt hab ich den Thomas ausgemacht. Am liebsten würde ich das auch machen. Dann hab ich Angst, dass ich nichts mehr mit aufnehme. Ich lauf hier auch nur im Kreis. Ich weiß auch nie, was ich... Das stimmt ja, dieser Löwe. Ich weiß auch nie, genau wie ich was jetzt regeln kann. Ich mach immer beide. Also, ich mach einmal an der Tastatur das laut und einmal am Headset laut und leise. Aber ich weiß nicht genau, wie, was, wann... Ich muss aufnehmen, oder? Warte, mach ich das einfach mal so. 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 So, schon besser. Sehr gut. Geht besser, ne, zu laut. Da war nämlich auch noch was drin. Dann hat er mich. Da hinten ist ja schon wieder, ey, dieses scheiß Vieh, ey. Oh. Fünf von acht Seiten. Vielleicht finden wir noch alles. Oh. Mir läuft gerade eiskalt den Rücken runter, ey. Ich solche Spiele hasse. Ja, wo sind sie? Moment, hier sind sie eigentlich auch ganz geil. Ne, wir haben jetzt erst fünf Seiten. Alter. Jetzt haben wir noch einen Rücken, so ein Herzpuch. Alter, Leute. Ich hab keine Lust mehr. Wirklich nicht. Jetzt hat das gerade hier irgendwie so komisch gehakt. Jetzt geht's aber weiter. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich will wirklich nicht. Ich weiß nämlich, was dann passiert, wenn man es hier schafft. Ich laufe hier wirklich die ganze Zeit nur im Kreis. Leute, wie gesagt, ich will hier einfach nur raus. Wirklich. Ich will, dass dieses... Wieso geht dieses Spiel auch... Wieso geht dieses Scheißspiel... Oh, okay. Es ist vorbei. Danke. Vielen Dank. Alter, wie ich dieses Spiel hasse. Naja, obwohl irgendwie... Ich weiß nicht, das war irgendwie echt gerade... Alter. Das war nicht schön. Nicht schön. Naja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja. Wie gesagt, es wird bald nochmal wieder so ein Horrorspiel kommen. Weil ich mag solche Spiele eigentlich echt gern spielen. Nur ich mag das nicht kommentieren, weil ich dann immer so viel rumheule und so. Nein, aber das macht auch eigentlich gesagt... Eigentlich gesagt. Ehrlich gesagt, sag ich jetzt mal so. Macht es eigentlich auch nichts. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm ja einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr mich mögt. Oder das Video kommentieren. Oder was man dann da alles noch machen kann. Schlucke ich mich doch glatt vor Schreck. Ja, und ich werde jetzt erstmal... Ja, heiß duschen. Weil mir ist eiskalt, Leute. Naja. Und dann werde ich das Video rendern und hochladen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht. Ja, und wie gesagt, es werden jetzt natürlich... Ja, natürlich... Natürlich... Werden jetzt Videos wieder kommen. Die schlimme Zeit, sage ich jetzt mal so gut, so schlimm war sie auch nicht. Ist vorbei. Es werden Videos kommen. Und in einer Vielzahl natürlich mindestens jeden Tag eins. Ja, wie gesagt, bedanke ich mich schon. Verabschieden werde ich mich jetzt. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Und ja... Ach ja, was auch noch dazu zu sagen. Das wollte ich eigentlich auch schon sagen. Das habe ich vergessen. Viele sagen mir ja auch, dass es eben mit meinem Headset ein bisschen blöd ist, aufzunehmen. Aber... Ja, also weil das immer so rauscht und so. Also bei diesem Spiel, das hat automatisch so ein bisschen gerauscht, weil das eben an dem Spiel lag. Also das ist eben so ein Spiel mit Slender und darum rauscht das eben. Ja, und an meinem Headset und ich werde bald ein neues Mikrofon hier kaufen. Vielleicht werde ich auch erstmal noch ein Gesangsmikrofon nehmen. Das weiß ich aber noch nicht genau. Davon habe ich nämlich noch zu Hause ein paar liegen. Aber das kriege ich noch nicht so hin mit den Steckern. Und jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel gelabert. Ja, ich sage auf jeden Fall Tschüss. Ja, und bis zum nächsten Mal. Oh, dieses Spiel, ey. Jetzt hat das gerade hier irgendwie so komisch gehakt. Jetzt geht es aber weiter. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich will wirklich nicht. Ich weiß noch nicht, was dann passiert, wenn man es hier drin schafft. Ich laufe hier wirklich die ganze Zeit nur im Kreis. Leute, wie gesagt, ich will hier einfach nur raus. Wirklich. Ich will, dass dieses... Wieso geht dieses Spiel auch... So, wieso geht dieses Scheiß schon... Oh, okay. Es ist vorbei. Danke. Vielen Dank. Alter, wie ich dieses Spiel hasse. Naja, obwohl irgendwie... Ich weiß nicht, das war irgendwie echt gerade... Oh. Alter. Das. War. Nicht. Schön. Nicht schön. Naja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja. Äh. Wie gesagt, es wird bald nochmal wieder so ein Horrorspiel kommen. Ähm. Weil ich mag solche Spiele eigentlich echt gern spielen. Nur ich mag das nicht kommentieren, weil ich dann immer so viel... rumheulen und so rumheulen und so. Nein, aber das macht euch eigentlich gesagt... Eigentlich gesagt. Ehrlich gesagt sag ich jetzt mal so. Macht es eigentlich auch nichts. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm ja einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr mich mögt. Oder das Video kommentieren. Oder was man dann da alles noch machen kann. Äh. Äh. Schlucke ich mich doch glatt vor Schreck. Oh. Ja. Und ich werde jetzt erstmal... Ja. Heiß duschen. Weil mir ist eiskalt, Leute. Oh. Naja. Und dann werde ich das Video rendern und hochladen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht. Ja. Und wie gesagt, es werden jetzt natürlich... Ähm. Ja. Natürlich. Natürlich. Werden jetzt Videos wieder kommen. Die schlimme Zeit, sage ich jetzt mal so gut, so schlimm war sie auch nicht, ist vorbei. Ähm. Es werden Videos kommen und in einer Vielzahl natürlich mindestens jeden Tag eins. Ähm. Ja. Wie gesagt, bedankt habe ich mich schon. Verabschieden werde ich mich jetzt. Ähm. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Und ja. Ach ja, was auch noch dazu zu sagen ist, ist, ähm. Das wollte ich eigentlich auch schon sagen, das habe ich vergessen. Ähm. Viele sagen mir ja auch, dass es eben mit meinem Headset ein bisschen blöd ist, ähm, aufzunehmen. Aber, ähm, ja, also weil das immer so rauscht und so. Also an diesem, bei diesem Spiel, das hat automatisch so ein bisschen gerauscht, weil das eben an dem Spiel lag. Also, was heißt an dem, also das ist eben so ein Spiel mit Slender und darum rauscht das eben. Ja, und an meinem Headset und es, ich werde bald ein neues Mikrofon mir kaufen. Vielleicht werde ich auch erstmal noch ein Gesangsmikrofon nehmen. Ähm, das weiß ich aber noch nicht genau. Die habe ich, davon habe ich nämlich noch zu Hause ein paar liegen. Aber das kriege ich noch nicht so hin mit den Steckern. Und jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel gelabert. Ähm. Ja. Ich sage auf jeden Fall, tschüss. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Oh, dieses Spiel, ey. Tschüss.